guten morgen meine lieben tesla freunde und freunde immobilität da bin ich wieder tesla marcus marcus meinschein heute mit einem besonderen video weil ich habe immer noch das model 3 performance mit einem tiefer gelegten fahrwerk von der firma stegmann lack golden circle ich verlinke mal das video hier oben ich muss mein iphone festhalten wo wir das vorgestellt haben und ich mache das video weil ich jetzt einen tag damit gefahren bin und denke ich muss euch das zeigen also irgendwie wenn der rotster der tesla rotster der irgendwie so annähernd so fährt und da wird es besser sein als dieses auto denke ich mal das macht so irre spaß das zu fahren das fährt so leise ist voll gedämmt noch mal das ist was es auch gerade mein kona erfahren darf diese behandlung es fährt so leicht leise es liegt so satt auf der straße das fahrzeug es ist unglaublich man kann es nicht vergleichen mit dem model s ja ich habe euch ein bisschen time warp video gemacht jetzt auf der autobahn und ich werde jetzt ein video machen wie ich da die berge hoch fahre immer entsprechend der verkehrssituation und den verkehrsvorschriften natürlich und ja es ist meine lieblingsstrecke ich fahr die so gerne es ist sehr kurvig es macht tierisch spaß und ich hoffe euch auch viel spaß bei diesem video mit und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017